Herzlich Willkommen in Vlims im Hotel Haid. Wir sind hier im Restaurant Teli. Wir haben hier einen wunderbaren Beef Burger für euch vorbereitet. Mit unserer hausgemachten Tomatenkonfitüre, Zeebeln und selbst eingelegten Gürtchen. Dazu gibt es einen feinen Harissa-Dipp und Pommes-Fritz, wie man sie kennt. Und hier haben wir unser wunderbaren Unterkott aus dem hauseigen Dry-Age-Schrank. Für knappe 3-4 Wochen. Unsere hausgemachte Café de Paris, ein schönes Konfitz-Cheritomädchen und Süss-Halt-Äpfel mit unserer Joghurtsoße.